auch das ist doch gut hier da oben ist noch ein eisen als ein erz oder die armen fiedermaus das eisen ist heißt das eisen erz ist in die lava gefallen ja was soll's aber moment da war doch hier das gold oder da oben da steht auch ein skelett habe ich die leiter noch nein wie komme ich da hin ich versuche es mal von da da muss der fackel hin da mache ich auch mal eine hin da ist noch lava okay da gehe ich jetzt aber mal nicht um die ecke ich wollte ja zu dem gold so wo war das noch mal ich sehe es hier nicht da ist es ja so jetzt müsste ich eigentlich drei jahre ich müsste genug gold haben jetzt gehe ich wieder nach oben schmeißt das erz in den ofen lieber mal das schwert in die hand ja noch weiter nach oben eisen 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 nein so war das doch nicht gedacht ich war wieder zu gierig so wie ich das immer bin ja dann kommt es was von so was wo noch mehr eisen ich glaube es ist auch schon wieder tag geworden nein das ist nacht moment war etwas grünes so also schmeißen wir mal das gold dahin ein kohle brauche ich jetzt auch noch und da war da noch da habe ich sogar zwei so dann kann ich mir gleich eine uhr bauen ja das ist jetzt nicht so viel dazu brauche ich noch den rot stein da habe ich sogar 21 davon ich brauche aber nur einen ja und drei gold ne 4 brauche ich also man sagt immer das gold sei nicht so richtig was zu nutze zu was nutze man kann eine rüstung raus bauen ja aber auch einen kompass mit einem kompass kann man sich verarbeiten aber so eine uhr und die finde ich sehr nützlich so und da und da und da habe ich eine uhr sehr schön okay so da ist noch gold die kohle kommt da auch raus damit dazu so ach guck mal an wenn haben wir denn hier so noch jemand der sich beschweren will ne sieht gerade nicht so aus okay dann geht es wieder weiter nach unten jetzt bin ich level 27 ja und ich bin noch kein einziges mal gestorben das ist jetzt die folge 37 oder so ich glaube ich bin irgendwie gut naja in wirklichkeit bin ich nur feige und gehe kein risiko ein so was kann ich jetzt noch hier unten machen ich kann das hier mal ein bisschen gangbarer machen oh ja die spitzhack ist bald kaputt ach so ja kohle aber ich habe oben ja schon eisen im ofen dann kann ich dabei wieder was machen was haben wir denn noch so alles das will ich mal einfach so umgehen hier oh naja ich komme ja vorbei hier so da okay das aber das da waren die diamanten ach das ist ja das hier ach ja okay okay dann will ich doch mal in diese richtung gehen bruchstein da da auch zumachen dann muss ich fackeln setzen aber fackeln ja das geht ganz schön weit hier ja lapis lazuli noch mal da geht's kann ich mit fackeln ja da ist auch eisen dann nehme ich mal lieber das eisen mit weil ich mir ja wieder werkzeug bauen muss die spitzhacke kann jeden augenblick kaputt gehen ja das ein bisschen hält sie noch das war's da da schleichen noch ein paar typen rum das sind nur zombies da ist wieder rotstein wollte ich sagen ich will doch dieses blöde fleisch nicht dann nehme ich mir den rotstein hier mit da ist noch mehr und da ist gold oh hey cool obwohl ich mich frage was ich mit dem gold machen soll ah dann nehme ich lieber das eisen mit na ich nehme natürlich alles mit ich würde lava blubbern oh noch mehr gold so ein bisschen frei machen hier muss immer an den fluchtweg denken wenn da irgendwie lava rauskommt oder so dann oh das war die spitzhacke ok toll jetzt habe ich mich hier eingesperrt na ich komme schon raus ja daran habe ich jetzt nicht gedacht oh je das dauert ja ewig das dauert noch länger ach ja aber es geht voran so ok dann bringe ich jetzt diese sachen weg und baue mir neues werkzeug das muss ich hier wieder umgehen hier so ja die muss ich dann auch mal wieder zumachen also was heißt wieder ich muss die eben einmal zumachen dann kann ich da bequem da durchgehen und dann habe ich keine sorge mehr ach ja da unten gefällt es mir ok dann wollen wir doch mal ausleeren das 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 da das behalte ich eben noch das auch brauchstein behalte ich auch ah ja eisen so da ist noch kohle kommt das dazu und da das eisen ach ja ich brauche hier noch stöckchen oh da habe ich aber nicht mehr so viele aber ich habe hier noch bretter ach moment ich wollte ja stöckchen machen äh ich muss die auch mitnehmen sonst bringt das doch nichts so erst stöckchen bauen und dann mit dem eisen eine spitzhacke besser gleich mehrere so ja der rest ist noch gut hier so das kann ich erstmal so lassen das auch hier ok auch den bogen kann naja ja ich lasse ihn da ich habe ich habe nur einen einzigen pfeil und der bringt mir sowieso nichts ähm ja ich habe wieder eine spitzhacke also weiter geht es schönes tageslicht ja da oben muss ich auch noch ein bisschen was weg kann und da hinten da war ich noch gar nicht ja da geht es auch noch ein stückchen weiter so also wieder nach unten so in welche richtung will ich denn diesmal gehen ach ja das wollte ich jetzt zu machen ja aber nicht jetzt aber hier war ja nichts mehr aber ich war doch gerade irgendwo ach das war doch da oben dann oder wo war ich denn da ach hier so ah ne da wollte ich ja nicht weiter gehen ja ach da ach da boah wie das heilt naja gut er hat nicht viel Schaden angerichtet ach der kam wahrscheinlich von da kam ich da hinten hin ne naja dann baue ich mal die Kohle hier ab ne so aber ich sollte mal ich sollte mal Eisen erkunden Eisen Eisen ist immer gut okay dann wenn es hier auch so schon dicht ist dann soll es hier so dicht sein okay ah leise Treter traust du dich hoch ich glaube ich muss mir noch irgendwie so eine Taktik ausdenken ne Moment wie ich besser mit diesen Typen klar komme naja aber im großen ganzen geht es ja bin noch kein einziges Mal gestorben aber beinahe durch einen Creeper okay also dann haben wir mal sehen oh Gold ne ganze Menge Gold sogar ich hau mal eine Fackel dahin das ist nie verkehrt so und da ist wieder Lava und da geht es nicht weiter okay ich muss sowieso bald Schluss machen ja das mache ich jetzt weil eine Dreiviertelstunde schon wieder voll ist das werden wieder drei Folgen jetzt muss ich nur mal sehen wo ich wieder zurückkomme naja ich weiß wieder na so dann packe ich da die Sachen in die Kiste und dann sind die wieder gesichert und dann ist gut ich sehe aber nochmal nach dem Eisen da war ja noch was im Ofen ah ne boah das also ne wo ist der da dann muss ich hier irgendwie den Hintereingang nehmen da war ja was ja so ne ich hasse die also gut ähm ich muss Moment wo bin ich jetzt hin ach hier ich muss also Pfeile bauen und den Bogen mitnehmen mein Anruf für sich wäre das ja nicht so schlimm aber dann wenn die einen treffen dann dann sprengt man da so ein bisschen zurück so also schnell ja noch aufräumen und dann naja da gibt es nicht viel aufzuräumen das kann in den Ofen hier so gold noch eben weg dahin den Bogen packe ich mir gleich wieder da rein das kann auch weg und Pfeile ich muss also Pfeile bauen gut aber das mache ich dann in der nächsten Aufnahme da muss ich Federn haben und so weiter ja ok gut also dann haben wir ja schon beim nächsten Mal was zu tun vielen Dank also fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal